Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen sommerlichen Waldrunde im Juni. Ja, wird eine der letzten Waldrunden in diesem Pilzmonat sein. Jetzt heißt es im Juni nochmal in vollen Zügen genießen. Heute beste Sommerwetter, die Sonne lacht, der Himmel ist blau, geht ein ganz ganz leicht erkühlender Wind. Ja, trotzdem ist es hier auf dieser Lichtung schon sehr sehr heiß, aber tief drin im Wald deutlich deutlich angenehmer und kühler. Ich bin heute nochmal im Laubmischwald unterwegs. Ja, und ich habe es ja auf der gestrigen Tour schon gesagt, aktuell, gerade wenn es in die Richtung Speisepilze geht, ist es eher mau. Aber trotzdem kann man pro Tour seine 4, 5, 6, 7, 8 Arten finden. Ja, und dementsprechend geht es auch heute auf eine kleine Waldrunde. Ja, und langsam, aber sicher dürste es mich so ein bisschen nach Erstfunden. Und es gibt schon so ein paar Arten, die diese Hitze oder diese Trockenheit so ein bisschen mögen. Denn auch wenn es letzte Woche wieder, ja, das ein oder andere Gewitter gab und auch am Freitag hier geregnet hat, so wirklich nass ist der Wald schon jetzt wieder nicht mehr. Bin schon gespannt, was mich erwartet. Ja, vielleicht drückt es die Daumen, dass doch wieder mal ein unerwarteter Erstfund für mich rausspringt. Ja, und wenn nicht, dann haben wir trotzdem eine schöne Zeit in der Natur und im Wald. Auf geht's! Der erste Fund auf der heutigen Fundliste ist gleich mal was Interessantes. Und zwar eine Porlingsart, die plus minus eher weniger bekannt ist. Viele kennen den Sklerotienporling, den Schuppigenporling, den Kastanienbraunen Stielporling, den Maiporling. Aber der hier fällt meistens so ein bisschen hinten runter. Ja, und ist das jetzt nicht einfach nur ein vertrockneter, alter Sklerotienporling? Nein, das ist der Löwengelbeporling oder auch der Löwengelbe-Schwarzfußporling. Warum heißt das so? Ja, weil sich der Stiel im Alter schwärzlich verfärbt. Da kann man es ganz, ganz gut sehen. Ja, und ich muss sagen, also das hier ist schon wirklich ein außergewöhnlich großes Exemplar der Art. Normalerweise werden die nicht ganz so groß. Und dementsprechend unscheinbar ist die Art auch. Und deswegen wird die wahrscheinlich auch fast nie gefunden. Denn der Farbunterschied zum vertrockneten Buchenlaub ist gering. Ja, und wenn der dann vielleicht nur so groß ist und vielleicht sogar noch vom Laub oder Totholz verdeckt wird, dann kann man den eigentlich kaum sehen. Und deswegen hat es auch bei uns gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Bis wir den als Erstfund verbuchen konnten. Ja, ein sehr interessanter, schöner Fund. Und wer mehr über die Art wissen möchte, wir haben vor kurzem erst das Pilzporträt zur Art veröffentlicht. Wir verlinken es euch wie immer sehr, sehr gerne in der Videobeschreibung. Wahnsinn! Schaut euch mal den wurzelnden Schleimrübling an. Ist der nicht extrem hell? Ja, normalerweise mischen sich mindestens dezent immer irgendwelche Brauntöne in den Hut. Aber der ist schon wirklich extrem weißlich gefärbt. Aus der Entfernung wäre ich gar nicht mal vom wurzelnden Schleimrübling ausgegangen. Jetzt bei näherer Betrachtung ist es doch relativ deutlich. Aber schon ein sehr, sehr ungewöhnlich gefärbtes Exemplar. Ja, zumindest finde ich die normalerweise nicht so hell wie diesen Fruchtkörper. Woran kann man denn jetzt erkennen, dass das wirklich der wurzelnden Schleimrübling ist? Ja, schaut euch mal diese typische Struktur der Hutoberseite an. Das ist so, so typisch für die Art. Ebenso typisch der Fundort am Fuße von einem alten Buchenstumpf im Laubmischwald. Ja, und auch sonst dieser typische sehr, sehr lange, dünne, ein bisschen verdrehte Stiel. Natürlich ohne Stielring. Ja, und auch der Lamellenstand ist vergleichsweise typisch. Ja, wunderbar. Fünf Minuten unterwegs, zwei Arten gefunden. Und dann gleich zwei so spannende Funde. Hoffentlich geht es so weiter. Ja, und hier steht eine wunderschöne, große, ausgewachsene Stinkmorchel. Die scheint relativ frisch geschlüpft zu sein. Ganz im Gegensatz zu dem Fund auf der gestrigen Tour. Da haben wir ja gesehen, das Kopfteil komplett abgefressen. Komplett weißlich gefärbt. Ja, und hier sehen wir, dass das Kopfteil noch mehr oder weniger grünlich ist. Und diese wabenartige Struktur kaum zum Vorschein kommt. Ja, und das ist ein ganz, ganz klares Indiz, dass die hier noch nicht lange stehen kann. Ja, und das Tolle ist, wenn man so eine Stinkmorchel findet und ein bisschen genau um diese Stinkmorchel herumschleicht und schaut, dann findet man vielleicht sogar ein Hexenei. Ja, und heute ist es wieder so weit, dass wir uns so ein Hexenei direkt im Wald gönnen können. Und jetzt hätte ich fast was übersehen. Und dann könnt ihr sehen, hier ist nochmal ein Hexenei. Ja, die können sich unter dem Laub wirklich super verstecken. Und dieses Hexenei ist nochmal eine Spur größer als das rechts daneben. Und deswegen werden wir uns das hier schnappen. Nehmen wir es aus der Erde. Machen ein Schnittbild, noch ein, zwei schöne Aufnahmen. Und dann können wir uns den Kern dieser Stinkmorchel reinziehen. Freue ich mich drauf. Ja, und hier jetzt das versprochene Schnittbild nochmal von dem Hexenei. So ein toller, faszinierender Anblick. Ja, und wir können die Schichten gerne nochmal durchgehen. Außen befindet sich so eine weißliche, raue, schützende Haut. Da drunter so eine klipprige, galärtartige Masse. Ja, und was ich bisher, glaube ich, nur in dem Pilzporträt zur Art erwähnt habe. Diese klipprige Masse ist extrem feuchtigkeitsbinden. Ja, und wenn er die auf die Haut gibt, dann bekommt er nicht nur eine ganz, ganz weiche Haut. Sondern, ja, das kühlt auch immer so ein bisschen. Und wenn man jetzt einen Insektenstich dabei hat und nichts zum Kühlen, ja, und das in Anführungszeichen wie die Sau juckt, dann kann man dieses Hexenei benutzen, diese klipprige Masse und so ein bisschen auf diesen Stich tun. Und das kühlt dann und kann den Juckreiz dann so ein bisschen mindern. Nach dieser galärtartigen Masse kommt so eine braun-grünliche Schicht und das wird später mal das Kopfteil der Stinkmorchel. Ja, und dieser weiße Kern, das wird mal der Stiel. Und genau dieser weiße Kern ist das, auf was ich es abgesehen habe. Den kann man nämlich rausschneiden und dann direkt pur im Wald genießen. Hat einen sehr, sehr angenehmen, würzigen Rettichgeschmack. Ja, und soll auch sehr, sehr gesund sein. Ja, und auf diesem Stück Totholz klappt es jetzt endlich wieder mal mit Blutmilchpilzen. Ja, und wieder haben wir das Glück, dass wir den in verschiedenen Altersstufen vorfinden. Hier die dunklen Fruchtkörper, die alten Fruchtkörper und hier die bunt gefärbten Fruchtkörper, das sind die jungen. Warum heißen die Blutmilchpilze? Ja, wenn man die zerdrückt, dann sehen wir, dass die eine blutähnliche Flüssigkeit in den Fruchtkörpern haben. Ja, und deswegen eben Blutmilchpilze. Ja, und sind natürlich wie alle Schleimpilze keine Speisepilze. Ja, und siehe da, hier auf der Schattenseite hat es jetzt doch auch mal endlich wieder einen jungen Frauentäubling. Ja, hoffen wir mal, dass der vielleicht sogar noch was für den Speisepilzkorb ist, denn ich habe vom Freitag noch die blassen Pfifferlinge im Kühlschrank. Ja, und heute Abend gibt es Rinderfilet und da als Topping Frauentäubling und blasser Pfifferling ist, denke ich, nicht die schlechteste Idee. Schauen wir mal, wie der Frauentäubling von der Unterseite aussieht. Ja, das war zu befürchten. Ja, und hier sieht man auch schon, wie es überall krabbelt. Schade, schade. Also von oben und auch von der Konsistenz vom Stiele hat er gar keinen so schlechten Eindruck gemacht. Aber in dem Zustand natürlich leider nichts für den Speisepilzkorb. Schade, Wärmelade. Ja, ich habe insgeheim vielleicht so ein bisschen darauf gehofft, dass nach den zwei Gewittern und dem Regen letzte Woche vielleicht die Lungenzeitlinge wieder Lust haben zu wachsen, aber alle kontrollierten Stellen waren leider komplett verwaist. Dafür haben wir hier jetzt aber den typischen Verwechslungspartner gefunden oder einen der typischen Verwechslungspartner, nämlich den Laubholzknoeuling. Ja, und bei uns in der Facebook-Gruppe zum Thema Pilze gab es erst letzte Woche wieder den Fall, dass jemand den Laubholzknoeuling gepostet hat und gefragt hat, ob das Lungenseitlinge oder Austernseitlinge sein könnten. Woran kann man es denn normalerweise erkennen, dass das keine Austernseitlinge und keine Lungenseitlinge sein können? Ja, vor allem an der Farbe. Hier auf der Hutoberseite kann man schon diesen typischen Violettstich so ein bisschen sehen. Wenn ich das Ganze umdrehe, dann sehen wir das vor allem am Hutrand noch mal viel, viel deutlicher. Ja, und das sieht so wunderschön aus. Und es ist ein richtiges Charakteristikum vom Laubholzknoeuling. Austernseitlinge oder auch Lungenseitlinge werden nie so violettstichig gefärbt, wie hier zum Beispiel am Hutrand sehr gut zu sehen. Ja, ich mache noch die ein oder andere Detailaufnahme und dann geht es auch schon weiter. Und vielleicht haben wir doch noch das Glück, dass wir so einen kleinen Aust mit Lungenseitlingen finden. Ja, und da haben wir die erhoffte Überraschung. Schon ganz, ganz lange nicht mehr vor der Kamera gehabt. Eine Art aus der Gattung der Knollenblätterpilze. Wer kann sie erkennen? Ich verrate es euch mal noch nicht. Ich nehme sie erst mal raus und dann schauen wir sie uns in Ruhe im Detail an. Ja, ich nehme sie dir. Ja, welche Art könnte das jetzt sein? Ein wirklich großer, stämmiger, dickfleischiger Knollenblätterpilz mit sehr franzigem, Achtung, Aussehen. Klingelt es beim Thema franziges Aussehen und Knollenblätterpilz? Ja, es ist natürlich der franzige Wulstling. Den hat man hier in dem Habitat, es muss ungefähr 2018 oder vielleicht auch 2019 gewesen sein, als Erstfund. Fast genau an gleicher Stelle, zwischen den Stellen liegen vielleicht Luftlinie 30 Meter. Ja, und da war es auch, glaube ich, Ende Juni oder Anfang Juli. Passt also perfekt. Ja, und wir haben das große, große Glück, zwei wirklich wunderschöne Exemplare der Art gefunden zu haben. Und das ist genau das, was ich meine, egal wie vergleichsweise pilzarm es aktuell aussieht, es ist immer eine wunderbare, tolle Überraschung möglich. Ja, und über den Fund freue ich mich, glaube ich, dieses Wochenende mit Abstand am aller, allermeisten. Gibt es eine ähnliche Art? Ja, es gibt sogar eine sehr, sehr ähnliche Art. Und zwar ist es der Eierwulstling. Der ist aber nochmal viel, 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 viel seltener als der franzige Wulstling. Ja, und das einfachste Unterscheidungsmerkmal wäre die Stielbasis. Da hätte nämlich der Eierwulstling hier eine Scheide. Und die hat der franzige Wulstling nie. Ja, ansonsten ist der franzige Wulstling im Vollausbau, also wenn er wirklich perfekte Bedingungen hatte, schon ein wirklich massives Kerlchen. Denke mal, ja, der wird so seine 300 Gramm haben, wenn das überhaupt reicht. Ist richtig schwer. Aber, ja, für Speisezwecke ist der Plus Minus leider nicht geeignet, weil er direkt neben der Straße gewachsen ist. Aber, das macht für den Zweck, den ich sie letztendlich brauchen kann, überhaupt nichts. Denn ich werde die für jeweils ein Schnittbild für unser Pilzbuch opfern. Ja, was für ein sensationeller Fund, ja. Jetzt war ich schon so zwei, drei, vielleicht sogar vier Stunden unterwegs und dachte eher so, hm, ja, das mit der Überraschung wird wahrscheinlich eher nichts. Und dann, ja, eigentlich schon kurz vorm Ende von der Tour, so ein toller Fund. Wahnsinn! Ja, sonst gab es leider keine Funde jetzt mehr, aber dieser franzige Wulstling zum Schluss, ja, ob das wirklich nur das Highlight des Wochenendes oder nicht sogar der kompletten zweiten Juni-Hälfte war, ich glaube eher schon. Was für ein toller Fund, gelingt einem nicht jedes Jahr. Und umso größer ist da natürlich die Freude. Es gab aber nicht nur die Pilze, die ich euch schon gezeigt habe, sondern auch ein, zwei Tierbegegnungen. Die hänge ich euch jetzt ans Video noch dran. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Ja, genießt die letzten Juni-Tage. Der Juli steht ja schon vor der Türe. Und dann geht es am nächsten Wochenende im Juli nahtlos weiter. Habt eine tolle Zeit und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Das ist ein Pilzporträt. Das ist ein Pilzporträt. Das ist ein Pilzporträt. Das ist ein Pilzporträt.